hallo hier ist user paul mit dem thema firefox os datum und uhrzeit einstellen um datum und uhrzeit einzustellen geht man wie folgt vor man zieht nach links geht also ein bildschirm nach rechts klickt auf einstellung geht in den bereich personalisierung klickt hier auf datum und uhrzeit und hier kann man jetzt einfach datum und ebenso uhrzeit einstellen angezeigt wird die uhrzeit hier oben rechts und wenn man drauf drückt wird ebenso links das datum um angezeigt ebenso gibt es noch logischerweise kalender und uhr im kalender wird auch noch das datum angezeigt und bei der uhr logischer weise die uhrzeit das war user paul vom open screencast ciao und viel glück